Musik Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Pavel Pipovic und bei mir zu Gast meine alte Kollege Bronko Kulitschka. Bronko, grüß dich. Pavel, grüß dich auch. Bronko, du warst wieder einmal für uns in China. Ja, war ich im Cinema. Und hast gesehen einen neuen Aktionspielfilm. Einen tschechischen Aktionspielfilm. Einen tschechischen Aktionspielfilm mit Hauptsuperstar Bruce Willitsch. Jo. Bronko, wie ist der Titel des Streifens? Der Titel ist, stirbt noch ein bisschen langsamer. Und wie lange dauert dann der Film? Eine gute Woche. Bronko, interessant, natürlich für uns. Wer ist der direkte Kontrahent von Bruce Willitsch? Das ist der Goran Ivanisevich. Und wie endet der Film? Er wird im Timebreak entschieden. Bronko, in deiner Gedenkschrift an die Erzdiözese Bratislava spannst du einen intellektuellen Bogen... Ja, habe ich einen Bogen gespannt. ...zwischen der heiligen Franziska und Franzi van Almsitsch. Bronko, was ist die Kernaussage deiner Publikation? Die eine schwimmt ein bisschen besser. Meine Damen und Herren, der Bronko war Klammheimlich noch einmal im Cinema. Ich war schon wieder im Cinema. Vielleicht möchtest du ja was verraten. Ein bisschen was kann ich verraten. Das ist ein Tierfilm und handelt von einem Weihnachtskarpfen aus Köln, der so Klammheimlich ein bisschen auf Wanderschaft geht. Ja, Bronko, das macht uns natürlich alle sehr neugierig. Wie ist der Titel des Films? Free Willy Milovic. Danke, Bronko. Danke, Pavel. Servus, Klammheim.